Hallo, ich bin Nils und ich wollte sagen, ich bin hier gerade auf dem Newsfest in Pernsberg. Das ist total geil, ich bin gerade eine richtig gute Rock'n'Roll-Band. Kommt doch einfach alle vorbei, wir sind gerade eine tolle Party. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Film zu schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich auf Gplus adden würden und oder diesen Channel abonnieren. Und schauen Sie doch bitte auch in meinem kleinen Shop bei Kaffeepress vorbei.